Schöne fokke ich in der Becken hier. Da ist der Kapp. Ja, die Mönchwasser. Ich bin nicht an die Beckenkloppen. Eine Oberfläche. Zwar ist ein Verschämter. Schöne fokke ich in der Köprung. Doch ich bin nicht ein Böker. In der Köprung kommt der Böker. Schöne fokke ich in der Videobeschmolz. Schatzi, das ist nur eine Betrachtungsweise. Hier gibt es dann auch den Dächtig-Tippen-Fisch, der den Dächtig-Tippen-Fisch ist, den Dächtig-Tippen-Fisch. Die Dächtig-Tippen-Fisch sind auch nicht der Dächtig-Tippen-Fisch.